Darts-Spüler im Check Snakebite, The Flying Scotsman, The Pover Bei den Spitznamen der Darts-Spüler sind keine Grenzen gesetzt. Doch hinter den Namen verstecken sich interessante Typen. Für viel The Pover-Täler ist die Darts-WM das letzte große Turnier einer beeindruckenden Karriere. Keine Frage, dass der Brite zu den Titelkandidaten zählt. Doch damit ist er nicht alleine. Bei t-online.de macht Sport1-Darts-Kommentator Elmar Paulke den Kandidatencheck und verrät, wie es um die Chancen der deutschen Spieler steht. Auch wenn er noch nicht so lange dabei ist, ist Michael Van Gerwen wohl der beste Darts-Spieler aller Zeiten. Er spielt auf einem Niveau, das kein anderer vor ihm gespielt hat. Er ist eine absolute Maschine, bricht einen Rekord nach dem anderen. Er hat einen solchen Hunger, jedes einzelne Turnier zu gewinnen. Das ist unglaublich, was für eine Energie er hat. Van Gerwen lebt Darts und spricht über nichts anderes. Und wenn er in der Heimat ist, spielt er Papp-Turniere. Michael Van Gerwen bei der Kologne Darts-Gala in Köln. Quelle, Futura Image-Imago Peter Reit ist ein total bodenständiger Kerl, doch beim Darts schlüpft er in eine Rolle. Das Kostüm war die Idee seiner Frau, die sagte, mach dir die Haare bunt und zieh dir verrückte Klamotten an. Seitdem spielt er viel besser. Reit lebt zurückgezogen auf dem Land, hat keinen Autoführerschein und ist alles andere als der Party-Hengst, den er auf der Bühne verkörpert. Gary Anderson, L, und Peter Reit zählen zu den Top-Favoriten bei der Darts-WM. Quelle, Imago In den letzten drei Jahren stand Gary Anderson dreimal im Finale. Zweimal holte er den Titel, letztes Jahr verlor er gegen Van Gerwen. In diesem Jahr hat er schwach begonnen, hat wenig Turniere gespielt und die auch unter seinem Niveau. Man muss aber auch sagen, dass er Nachwuchs bekommen hat, weshalb er sich nicht voll auf Darts konzentrieren konnte. Vor ein paar Wochen hat er aber die Kurve gekriegt und ist mittlerweile wieder gut drauf. Anderson hat auch einfach den Alley Pellefaktor und blüht an diesem Turnier auf. Über 25 Jahre lang war Fiel Thäler das Aushängeschild dieser Sportart. Es ist sein letztes Turnier und er ist zu Recht selbstbewusst. Es gibt keinen Spieler, auch nicht Van Gerwen, der ihm nicht zutraut, nochmal den Titel zu holen. Es wäre Wahnsinn, wenn er das tatsächlich schaffen sollte. Fiel Thäler bei den German Darts-Misters in der Dörf. Quelle, Norbert Schmidt-Imago Thäler hat dieses Jahr auch das Weltmacht-Play gewonnen, eines der größten Darts-Turniere. Da hat der Barney Raymond van Barney-Welt, Anmerkung der Redaktion, Van Gerwen, Luis und Reit geschlagen. Eine große Stärke von ihm ist, dass er seine Emotionen im Griff hat. Bei seinem Finalsieg hat Peter Reit geweint, weil es das letzte Duell gegen Tipo-Web war. Thäler selbst hat keine Träne vergossen. Die Fans im Alley Pellefaktor werden ihn dazu bei jedem Match pushen, weil es schließlich sein letztes sein könnte. Rob Cross muss man auf dem Zettel haben. Seit diesem Jahr ist er erst auf der Tour dabei, hat aber trotzdem unfassbar gut gespielt. Wenn man eine Rangisten nehmen würde, die sich nur auf dieses Jahr bezieht, wäre er wahrscheinlich unter den Top 5. Es ist aber auch seine erste WM und man muss abwarten, was Duelli Pelle mit ihm macht. Ich glaube nicht, dass Cross das Turnier gewinnen wird, aber er kann die großen Namen zum Stolpern bringen. Rob Cross ist eine der Überraschungen der Saison. Quelle, Sportfoto Rudel-Imago Martin Schindler hat ein tolles erstes Jahr auf dem PDC Circuit, der höchsten Liga, Anmerkung der Redaktion, gespielt und hat sich über die Rangliste für die Darts-WM qualifizieren können. Er hat aber kein leichtes Los mit Simon Wittlock in der ersten Runde. Er hatte die letzten zwei, drei Jahre eine Krise, hat es aber in dieser Saison wieder in die Top 10 geschafft. Trotzdem hat Schindler gezeigt, dass er es mit den Großen aufnehmen kann. Es ist für ihn das erste Mal im L.I. Pally. Da hängt viel davon ab, wie er ins Turnier reinkommt. Martin Schindler, L. und Kevin Münch sind die einzigen deutschen Vertreter. Quelle, Imago Kevin Münch muss erstmal in der Vorrunde ran. Da trifft er auf Alexander Oreskin, der ein unangenehmer Gegner ist, weil er sehr langsam spielt. Dadurch muss man permanent warten und verliert schnell den Rhythmus. Sollte Münch aber das Duell gewinnen, wartet mit Adrian Lewis ein Doppelweltmeister. Da hätte er auch nur Außenseiter-Chancen. Von daher soll Kevin das einfach genießen und viele Erfahrungen sammeln. Elmar Paulke, 47, ist seit 2005 für Sport 1 bei allen großen Darts-Events im Einsatz. Auch in diesem Jahr kommentiert er mit die Thomas Siller die WM in Landen. Auch für die ProSieben-Sendung schlagt den Henssler ist er tätig. In seinem Buch Game On. Die verrückte Welt des Darts erzählt er viele Geschichten aus dem vermeintlichen Kneipensport.